Insgesamt sechs Schlösser und ehemalige Herrensitze im Landkreis Elbe-Elster beteiligten sich in diesem Jahr an der traditionellen Schlössernacht. So wie hier im Schloss Lilliput in Fichtwald bei Schlieben gab es Unzähliges zu entdecken, bunte Rahmenprogramme und manch Wissenswertes über die regionale Geschichte zu erfahren. Das Schloss Lilliput ist dabei mit großer Wahrscheinlichkeit das farbenprächtigste. Erschaffen vom Künstler Steffen Modrach aus über fünf Millionen Einzelteilen ist es schon lange mehr als nur ein Geheimtipp. Einen ausführlichen Bericht über die Schlössernacht in Elbe-Elster zeigen wir Ihnen am Freitag um 18.30 Uhr in der Regionalzeit für das Elbe-Elster-Land und die Lausitzer Heide.